Ich bin Clément Mathieu, der neue Aufseher hier. Antreten zum Appell! In den Hof, Antreten zum Appell! Ruhe! Ruhe! Sagen Sie mal, was sind das überhaupt für Jungs? Das wissen Sie nicht. Geben Sie das her! Ihr sollt ruhig sein! Du siehst wie ein blöder Idiot aus. Wer ist Monsieur Morange? Morange. Macht kaum den Mund auf, aber Vorsicht. Hat ein Engelsgesicht, aber den Teufel im Leib. Monsieur, ich hab gar nichts gemacht! Halt den Mund! Du bist so gut wie tot! Ach ja? Schöne Mathieu. Aktion? Reaktion! Ich werde mal was versuchen. Ich ernenne dich zum Notenpult. Sie wollen was? Ich kann aber nichts singen. Einen Chor? Ja, so macht die Mathieu. Es ist so für die Tee, es ist so schade. Dein Problem ist, dass du Dinge tust, die nicht zu dir passen. Da stehen schon wieder Schweinereien! Also ab morgen, und das ist Pflicht, nimmst doch du teil am Chor. Und aufwachen, guten Morgen! Herr Direktor, die Jungs warten seit drei Wochen auf warmes Wasser. Kaltes Wasser ist gut für den Kreislauf. Sie können gehen. Ich hab deiner Mutter nicht gesagt, dass du im Arrest warst, du warst beim Zahnarzt. Verrat mich nicht. Übrigens, Mathieu, der Chor ist gestrichen. Aber, Herr Direktor... Vielen Dank, Monsieur Mathieu. Ich bin, Herr Direktor. Ich bin, Herr Direktor. Untertitelung des ZDF, 2020